Nein, die hören mir jetzt los. Ich will das alles für eine Herztransplantation vorbereiten. Ist was? Ist nichts. Ist nichts. Verstehst du doch eh nicht. Das süße kleine Mädchen ist traurig. Es will Mami und Papi nicht verpetzen. Und deshalb muss das süße kleine Mädchen auch bald wieder gehen. Dann lass mich doch in Ruhe. Ich hab keinen Bock mit denen zu labern. Prost an Mami und Papi. Das ist der blöde Wichser. Was ist? Das ist Wasserfarbe. Der Sack hat dir scheiß Wasserfarben verkauft. Wasser, wenn ich dachte... Mann, ich kenn mich mit dem Scheiß auch nicht aus. Ich kenn mich mit dem Scheiß nicht aus. Was ist das, was ich will. Ich muss heilen. Nee. Ja. 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 Ey. Ja. 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 Oh, 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 oh.